Und jetzt habe ich was entdeckt, meine Damen und Herren, es gibt einen offenen Kanal, Schönebeck, glaube ich, in der Nähe von Magdeburg, oder offener Kanal Magdeburg, ich weiß es gar nicht mehr, und da gibt es fantastische Werbespots, die sind natürlich nicht mit so einem Budget gedreht wie die großen von Mercedes oder von Adidas, aber sie sind auch schön und wir haben da einen gesungenen Werbespot gefunden von einer Wohnungsbaugesellschaft und den möchte ich Ihnen gerade mal zeigen. Eine Wohnung mit Stil, zahlt man bei uns nicht viel, ob für jung oder alt, die WBG gibt alle Halt. Ja, bei uns ist niemand verloren, hier direkt vor Magdeburgstoren, bist du zu zweit, zu dritt oder auch allein, wir haben eine Wohnung, ob groß oder klein, zum Wohl für jedermann den richtigen Fleck, Wohnungsbaugenussenschaft, Schönebeck. Und wir haben gedacht, diese talentierte junge Dame wollen wir heute mal bei TV Total nominieren und deswegen haben wir sie nominiert für den Rab der Woche, meine Damen und Herren, nominiert Sabrina Zabel für ihren gesungenen Werbespot, für die Wohnungsbaugesellschaft, Schönebeck und die ist heute Abend hier, Sabrina Zabel. Willkommen mit Platz, Sabrina Zabel, meine Damen und Herren. Wow, wie ist es dazu? Bist du aufgeregt im Fernsehen jetzt? Nö, ne? Oh, es geht. Es geht, ja? Du warst ja schon im Fernsehen, wie oft läuft der Spot da? Keine Ahnung. Weißt du nicht. Wie ist es dazu gekommen? Mein Vater hier hat Schönebecker-Erena-Kanal geguckt und da haben sie es dann eben so laufen lassen, dass man sich bewerben kann und da hat er gesagt, ja, kannst du da mitmachen, vielleicht... Achso, ich dachte, deinem Vater gehört die Wohnungsbaugesellschaft. Nö. Hätte er sein können. Interessierst du dich für Werbung? Nö, es geht so. Fürs Singen? Aber. Ja, fürs Singen. Ja, was singst du normalerweise so? Na, Gospel. Gospel? Ja. Zum Beispiel? Amazing Grace, Joshua Fitzgerald. Amazing Grace. Wollen wir? Ist ein bisschen überraschend jetzt, ne? Aber probieren Sie. Amazing. Amazing Grace, how sweet the sound. Bisschen tief würde ich, ne? Ja. Kannst du mal den Ton C angeben? Kannst du ja einen höher singen. Amazing Grace, how sweet the sound. Nee, dann nehme ich über die zweite Strophe. Achso, die zweite Strophe. It was Grace that taught my heart to fear. Da kann ich jetzt wieder nicht mit. Das ist jetzt für mich zu hoch. Meine Damen und Herren, Sabrina Zabel.